Wir sind Teil des TV-Einigkeitsnetzen und mit diesem Video wollen wir ein Zeichen setzen. Und deswegen machen wir bei dem Projekt Pinking Rassismus mit. Kein Mensch sollte aufgrund seiner Hautfarbe ausgeschlossen werden. Deshalb setzen wir uns hiermit gegen Rassismus ein. Denn wir denken, dass niemand diskriminiert werden sollte. Sport verbindet uns alle, egal welche Nationalität oder Hautfarbe. Frieden ist, wenn die Hautfarbe egal ist. Wir sind gegen Rassismus.